Ich bin ein Genizid erobert, aber gefeiert wird später. Ich habe gerade den Korken zu haben lassen. Und damit dann und jetzt willkommen zurück zum Battlefield. Wir spielen Eroberung auf der Web Aras. Da kommen Gegner von links. Ich spiele... Nein, der ist ja gar nicht abgehauen. Ich habe gesagt, der wäre abgehauen. Ist ja auch. Gut, du verheiratest. Pop die Wand weg. Hör mal. Hat er auch gemacht. Gute Idee doch. Boah, da waren drei Mann hinter mir. Was ist das denn für ein Bullshit? Judy Hall, Halt gedrückt. Komm auf andere Wege. Ich bin quasi nicht weg von dir. Meistern. Sorry. Schieße vor mir. Kanier. Hedermär, Aura. Aura, Rüttend. Im Schicknamen netten Goos. die Kirche und verschillt und verschillt es habe ich nicht kommen sehen ich weiß nur und halbwegs nicht C oder D oder E oder A oder F oder überhaupt irgendwas anderes und hinter dir? ja keine Ahnung wer in der Rolle ist weiß ich auch nicht hab ich keine P-Anschlüsse mehr aber das mal nach F los erobern wir das T-Dot wir haben die Nora erobern wo schneibt ja einer ja wahrscheinlich vom Kirchen nach Hause oder im Haus von links auf jeden Fall dass das Haus hier einfach zerstört wird wir haben uns da ist hinter uns irgendwo da so ja sei ich doch Kirchen ne 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 kurzweißen alle setzen viele kühlt richtig wobei mit den zwei kühlt und muss auch schnell eigentlich schon die flügel das bau ja das wollen wir nicht so dass von mir der Messport hat dann kommt allerdings von dir links von dir von dir der vor mir hier links von dir da ist doch einer auf dem weg drauf auf weg auf dem panzer beim partner ja ich habe nur eingesehen das mich noch schützen oder ist es schlecht da ist noch einer da ist tot ist gerade rechts von dir rechts von dir leg da 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 legt auf du gut sei dankbar der dümmere als du also nicht dass du dumm warst aber ich habe gerade weiß ich nicht viel oder so gemacht wo ich muss mal nachladen wo ich mich geschossen der die diese panzer ist einer und sieger der hätte nicht halt so weggewinst können er will können nicht sehen da ist nicht nur einer insgesamt aber hier sind ein paar mehr es ist ein halbeschuss von B.O. wir haben jetzt er wollen ja immer Munition gibt es ja eigentlich schon ne ich glaube nicht doch weiterhin ja komm da gehen wir nach B da ist auch ein Unionslager äh ja der ist hier irgendwo da wo ich mit dir was hat mich denn jetzt da gewichst kann ich dich retzen ich wurde von der Brand ich weiß nur nicht von wo die war ne du bist zerstört ne du könntest mich retzen aber ich lieg doch nicht genau in dem Panzermann scheiße lau aber weiter nach B ich komme nach dir aber pass auf dass ihr wo ist da einer ne ich habe zwei hier gekillt das ist auch schön du sagst einer zwei naja wenn nur einer auf dich schießt ne die Aussagen sind eigentlich müssten die Aussagen weisen zeugt ein Minimum einer weil man weiß es halt nie Minimum einer ja das trifft es eigentlich zum Spur so jetzt wieder B ja endlich mal gefühlt war die Ansage wir gehen mal B vor 10 Minuten und war nicht einmal ich habe das Gefühl auch gehabt irgendwie ich brauche dringend Munition ich kann dir keine Munition aber hier gibt es doch Munition oder nicht ne hier gibt es keine Munition hier gibt es doch hier ja ja das ist Kacka das ist nach B, das ist von hier nach E, von hier aus kommst du eher an der Munition rein ja 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 die unser Kollege da oh im Hausdruck oh im Hausdruck man in jedem Hausdruck mal nach B bleib jetzt nicht nicht ja ja der aus dem anderen Hausdruck und was kommen denn kommen aus dem nächsten Haus ja aber da war noch mehr ja wie hat er das denn überlebt die zwölf Schüsse hier das ist geil aber ich habe gedacht du hast es gewusst ich habe nicht mitgekriegt das du hast du gekriegt man äh Spiegel ist absolut geil FG 42 auch wenn vor uns gerade alles explodiert hier wie ist er nicht gestorben ja Dieter Samui ja Dieter Samui mach mal danke komm Dieter los du bist mein Champion ich lass dich nicht haben gute Männer gute Männer wieso haben wir zum Geil wieder alles verloren weil wir nur Team haben will ich dir dafür bitte Klärung hau ich ne andere Waffe ich will nicht die Ripper-Roll haben weil der wahrscheinlich deine aufbogen hat naja das ist neu vom Gegner gewesen also dann ist dich kotig kotig der hat einen Flying Airburst Headshot bekommen der ist sehr schön aus der ist gesprungen und hat voll in den Kopf bekommen ach komm schon wo ich komm aber auch einfach nicht rein liebe nein der hat seine Kündchen auf dem Kampf er hat seine Kollegen gewerzten ne ne den hab ich nicht er hat seine Kollegen gewerzten ne sind da ist eine Wand im Weg durch das Fenster kommt es in Band ich weiß nicht aber was ich höre eine Bombe, eine Fliegerbombe ey, da ist wieder das komplette Team und ich da rausrennen, kriegt es auf die Fresse das ist unglaublich das ist unglaublich heute, das ist wirklich unglaublich oh, 30 ja, da war ich aber schon am Brennen ey, wir verdienen auch gerade wir verdienen gerade einfach alles wir arbeiten uns an diesem Zeitpunkt ab hä? an E so lange waren wir nicht bei E und wir haben vorher alles eingenommen ja habe ich hier ein Auto? ja ihr Bastarde, ihr Dreck! nämlich die Haltkette würdest du bitte in die Halbkette reingehen nicht ein Schütze ja, jetzt geht er nicht ach so, dann muss ein Schütze Achtung! wir haben sie eben vier Daten schwachsinn geh doch nach C und E das ist mit seinem Kopf gefallen ich hab keine Ahnung, ich will es glaube ich auch ganz gut er hat einen Schott bekommen äh nicht im Ernst, oder? das ist eine Halbkettenfahrzeug das kommt da durch achte lieber auf die Geh ach komm das ist jetzt na komm 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 ich weiß nicht mehr wo ist es er ist Deckford unter dir unter deinem Panzer wenn du jetzt rufst du jetzt an dieser Pfund ne neben dir ah, der setzt dir an der Ich bin aber ausgestiegen rechtzeitig. Bist du gestorben? Nee, ich bin noch nicht mal gestorben, weil ich das alles noch wundern durfte. Das ist auch lächerlich. Ich bin aus der Halbkette ausgestiegen. Die Halbkette-Explosion neben mir, aber ich rieche so gut, wie kein Schaden. Ja, das ist halt eine sehr robuste Halbkette. Naja, aber komm, jetzt mal ernsthaft. Da ist neben dir ein Fahrzeug mit Benzin und, ich weiß nicht, 2C4 oder was er da dran geklatscht hat. Und das interessiert dich dann auf einmal nicht? Null. Ich kann einem Typ mit der Puck in die Eier schießen, das interessiert dich nicht. Ja, gut, das ist auch labber. Aber right in the Crown Bureau ist es ein bisschen sowas von Latte. Ich mag ja niemanden. Das ist ja mit einer meiner Lieblingswände, mit Navic. Oh, was? 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 Ja, die Valentine-Scheiß-Abwehr. Wo kam der auf einmal her? Wo steht der? Der hat gerade einen Medik. Ich sehe ihn nicht, aber so. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, jetzt bin ich da. Ach, jetzt sehe ich. Ja, komm. Weißt du, der entfliegt den Jürgen-Vertig-Tank? Äh, ich habe da Fragen. Na, nee, Loco. Danke. Bei meiner Leiche, an dem Leichen, unseres Kollegen, zwei Mann. Ja. Ja. Russell! Super. Ja, der steht hinter der Pfad, liegt hinter der Pfad. Ach, das war auch immer noch die Scheiß-Valentine-Mahn. Genau um die wollte ich mich gerade kümmern. Hat nicht gut funktioniert. was mich geradeangst. Ah, weiß nicht, was da ist. tumbelt aus dem Kampf, Frau. Lass dich drehen, oder... Tönt ihn doch einfach, du Idiot! Ja, das wäre natürlich supergeil. Aber es wäre zu anspruchsvoll. St. Winen doch F-P-Sporn. Also super. Ah, ja auch. Im Haus wahrscheinlich, dann? die nur ein kleines zartes Köpfchen kleines zartes Köpfchen das sind so viele die macht den Punkt ja an die Brennkarte so er in drei Minuten zu scheiß von der Krise von hin und rücken ja von die Wellen der Jahr schon immer jeder Panzer Tien außer außer dem Ausdruck an Köln ich weiß weiß ich glaube nicht wo sind jetzt nicht eine Dauer Halt, 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 Halt Aber ich glaube, es könnte eng werden Wow, das ist extrem close Aber da hängt viel mehr Habt ihr das scheiß Ding jetzt zerstört? Na, der ist durch Minen geführt worden Okay, aber wir verlieren F-Trotz Wie überraschend Wie überraschend, wir verlieren Punkt Wollen sich Leute auf C stehen? Ich wollte die Punkte abgeheirn Ich will nur den Nachschub holen Da ist irgendwo ein Scharfschuss Das hab ich mitgekriegt, ja Ist das nicht eigentlich, wie hat der den Schuss nicht? Ich rest, ich rest, ich rest, ich rest, gib mir Deckung Ja, das ist vorher mein eigenes Der ist hinter dem Ball Da sind ein paar viele Ja, der hat uns alle aufeinander genommen Ja, ich bin der oberen Aber ich bin der oberen Ja, ich bin der oberen Aber ich bin der oberen er gut willkommen wenn wir die Nürnberg das ist irgendwo unsinnig das muss sein das bedeutet ich bin jetzt hinter den Punkt und er hat noch dritter Schorkatz der gibt seiner Mama es das mit es bitte nicht und das ist er gut gefressen wurde erledigt allerdings ist es aber pass auf es auch immer das nahe links aber ich will nicht erst mit dem bei denen das ist es vor uns nicht beschossen da war und war machen das ist denn los mit diesem Ziel es kann nicht wahr sein wo sind die Säule haben uns ist kommt mehr in Maits oder nicht Ja, die haben sich stellen gelegt, dann waren sie auch plötzlich weg, glaube ich. Na, echt, die sind gestorben. Die verdienen auch B und C wieder. Also langsam wird es echt lächerlich. Er hat nichts mehr ge... Kannst du sagen, wo der ist? Ich hoffe, das war der. Nein, das war der nicht. Verkackte Scheiße. Ich lege mich auf. Man, wie kann ich den nicht einmal treffen, wo ich mich voll drauf war. Dieser Netcode ist zum Kotzen. Keine Sorge. Ich helfe dir. Nein. Den habe ich doch versucht zu wissen, was wird. Wo ist er denn? Keiner als Neifer. Keine Ahnung. Die sind alle links von uns. Geh nicht, die kommen nicht. Bleib lieber Punkt. Die kommen alle. Äh, das bringt nichts. Alle links von dir leicht. Die kamen alle von der einen Scheune in Richtung E. Könnt ihr wie Spawn? Ja, ja. Ja, ja. Da ist auch noch ein Panzer, ne? Ich bin anti-Den. Das ist okay. Ich auch, aber... Was ist hinter mir im Drilling? Der ist auf B noch drauf. Wie so dämliche Flaggen liegt da. Ich bin für dich da. Keine Ahnung, was ist das Wurde denn nicht? Da sind ganz viele auf uns gelaufen. Im Wasser, im Wasser, im Wasser. Ich muss nachleihen. Ich muss dann nachleihen. Im Wasser. Da hast du mich gerade gewixt. Ja. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ich werde jetzt aber untergehen. Was? Alter, was ist das? Das ist so fick. Warum hatte ich keinen Wartner? Warum steht der verfickte Stack und noch? Oh, nein. Lass mich krepieren. Nein, 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 geh nicht hin. Direkte drüber, der Wand. Der Zipi hat den Blut drüber. Ja, er riecht jetzt schon an. Ich habe schon seine Ruhe. Drei, oh, ich bin vorhin. Geschossen. Ja, jetzt reiben wir uns wieder auf den Punkt. Das ist halt... Ja, die reiben uns auch, weil... Ja, die reiben uns auch, weil... Na ja, die will nichts halten. No shit Sherlock. Ja, das liegt ja nicht an uns. Wir machen ja hier unser... Ja, ihr seid alles missgeboten. Na ehrlich. Das ist nicht mehr normal. Was habt ihr? Was hat euch hier gefällt? Die Brennen, die... Das ist ja mutig. Aber dann... Ich weiß nicht, wo wir lieben. Ähm, direkt... Ja, komm, Alter, du mit deiner Huren sind, Brennen. Die bist ein Kacken. Oder was? Ja, 24-8. Ja, nee, ganz ehrlich. Nee. Was ist denn für eine Armada da vorne? Ja, keine Ahnung. Unser Team ist einfach behindert. Deine Mutter auch noch. Boah, ich muss so viele Frauen noch unten durch, dass dann diese Woche... Das gibt's ja gar nicht. Du wirst dich wundscheuern, meine Freundin. Ja, aber so wichtig. Wenn wir nicht langsam mal eine V2 haben, 12.000 Gegner gleichzeitig. Wir haben eine V2, aber muss euch nicht draufschießen. Wir haben keinen Punkt. Naja, wir sollten auch gar nicht haben. Wir sollen welche einnehmen. Dann bin ich mal auf... Ja, wir haben keinen Punkt umkämpft, deswegen warum wir irgendwo eine V2 haben. Damit wir da einen Freiraum können. Wenn der Punkt leer ist, ich sage, jetzt ist es leer und wenn wir haben wir die Hälfte einen Rücken, fünf Mann. Also was bringen wir jetzt die V2? Ja, aber genau, deshalb was bringt es mit die V2? Gar nichts. Das ist die technologische Vorteile, ich habe keine Ahnung. Punkte verschwenden. Warum es leide ich hier gerade aus dem Loch raus? Erklär mir, wenn das Bettel fiel. Keine Ahnung, weil es es können. Weil die dummen Fick sind beim Programmieren, habe ich das Gefühl. Das soll so. Das sind mal so. Wir nehmen einen Punkt ein, wird der andere fliegen. Als wenn wir hier allein sind, als wäre unser Gott alleine hier. Nicht-G Nutzer, den v2,000 Stdaten, den v2,000, den v2,000, den v2,000. Ich glaube, ich komme meistens zu Euro. Das ist wid Dank. Das ist nicht so. Arbeit auch schon wieder gegriffen. Ich habe mich auch eingekehlt. Au reihe. Welcher Schw grassenfläche bekommt. Der psychologische Vorteil ist schon. Sie ist acesso geezamesiologischen Vorteil. Das ist wirklich schon wieder... Cettebagai auf sagt. Da hab ich gesagt, dass das eine meiner Lieblingsmaps ist, ich muss mich wiederholen. Ja, du musst mit dem Lügen. Ist klar, gib uns hier ne Konter. Hatte ich das jetzt psychologisch gebrochen? Der jetzt psychologische Waffe. Nein. Mich hat das Noob-Team gebrochen. Ja, gut, aber haben wir gerade ein Noob-Team oder haben wir gerade ein Noob-Team? Wir haben ein heftiges, ich meinte ja, das Noob-Team an sich hat. Das ist ein Noob-Team. Die Wahrheit wird mich nie töten. Ja, das hoffe ich. Weiter links hinter der Mauer. Ich weiß es. Ja, dann sag doch, was das kommt bei dir. Hab ihn doch. Das ist elegant gelöst. Naja, 48 AP. Aber... Eleganz ermöst. Ich guck jetzt, wie der Scheiß tankt. Ja, da bin ich hinter dir. Was? Das Wort ist. Ja, ich weiß. Oh ja. Oh, Truppentransporte. Weine Not. Also, der Punkt ist. Von der Rennfahrt. Musste es uns wieder, ne? Musste ich ja. uck. Oh, genau. Es war so klar, dass jetzt jetzt alles. Uhh, er hat mich wieder gestohlen. Der Hinterm Pillowlen ist er aufherein. Mich bigger. Sie wissen. KeHEですね sind müssen gehen. chapter boards. Herr ist ja schon langer mitgegangen. Raise it a Julia. Aber es ist schon langer. Typischstier erbart deux salute colorful. Keinig abbei. Ich Fall zumlegen. bestellt Naja, ich hab ne Halbkette bestellt Die Halbkette ist die Halbkette Warum rum zum Geier kommst du da über? Fick den nicht rüber Ich konnte den Anti-Tank nicht rufen, deswegen hab ich nur ne Halbkette bestellt Ist der Panzer noch da? Naja, der ist weg Das war der, der mich gerade bei Essen sieht Ach so, ok Ja, die war natürlich Punkt genau, weil SSB natürlich auch kein verkackt Der 2 der 2 V1 gerufen Der kann 80.000 Punkte niemals hat 80.000 Punkte Na, der hat 18.000 Punkte alleine Die haben niemals 80.000 Punkte, Alter Ja Aber hier sind ja 83.000 Punkte Niemals Ja, ich sag ja, ich glaub auch nicht so ganz dran Weil ne, der Team hier 39.5 ist schon mysteriös Und dann 38, was weiß ich, 21.8, ja ja Team Hack hat gewonnen Wie es eigentlich immer auf Battlefield ist Die kleinsten Schwänze pissen hier die größten Pfützen Habe ich das Gefühl Äh, 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 was nochmal bitte Also, die kleinsten Schwänze pissen die größten Pfützen Macht das Sinn Du musst auch kleiner Punkte machen Hat denn der Schwanz was mit der Pfütze zu tun Wie du weißt? So Okay, dann war ich doch Aber, je kleiner der Schnippi, desto weiterer muss das Pipi Ich möchte mit diesen Worten einfach mal auf Wiedersehen sagen Lass ein Like da Ihr kennt das Ganze Bis dahin, wirst du cool Hm Hahaha